Nummer 5 Das Wetter. Heute Abend ist es noch bewölkt. Der Freitag wird dann ein schöner, sonniger Tag mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad. Am Wochenende sind Wärmegewitter möglich. Nächste Woche erwarten wir in ganz Deutschland sinkende Temperaturen und nur wenig Sonne. Nummer 6 Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Meldung. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Innenstadt für den Autoverkehr im Bereich des Hauptbahnhofs bis zum Abend vollständig gesperrt. Es fahren auch keine Straßenbahnen und Busse zum Hauptbahnhof. Wenn Sie zum Bahnhof müssen, nehmen Sie bitte die U- und S-Bahnen. Nummer 7 Es ist 16.10 Uhr. Auf Radio NIDA FM hören Sie gleich Aktuelles aus Rock, Pop und Jazz. Zuerst aber noch eine Programmänderung. Wegen einer Sondersendung zur Bankenkrise fällt heute Abend der Krimi aus. In der Sondersendung diskutieren Politiker und Vertreter der Wirtschaft über die möglichen Folgen der Krise. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Nummer 8 Die A8 München-Stuttgart ist bis einschließlich Samstagfrüh 6 Uhr zwischen Augsburg-West und Neuses in beiden Richtungen gesperrt. Dort wird eine neue Eisenbahnbrücke gebaut. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über die U45 umgeleitet. Vorsicht auf der A5 Karlsruhe Richtung Heidelberg. Nach einem Unfall 10 Kilometer Stau. Nummer 9 Liebe Hörer, in unserer Sendung Tipps für Patienten sprechen wir heute darüber, wie man bei seinem Zahnarztbesuch Geld sparen kann. Kennen Sie das Bonusheft? Wussten Sie, dass Sie ohne Bonusheft weniger Zuschüsse von der Krankenkasse bekommen? Wenn Sie regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt haben und diese im Bonusheft abgestempelt wurden, gibt es höhere Zuschüsse bei Zahnbehandlungen. Über all das wollen wir im Folgenden sprechen, bleiben Sie dran. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Untertitelung des ZDF, 2020